Wir sind wieder zurück, wird's wieder so spannend. Extrem. Ich darf nur mal darauf hinweisen, es ist wirklich traurig, dass du dich erschossen hast. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst, dass ich das war. Aber okay. So. Wir haben das Kabel noch immer einsteckend. In Fall ein paar Print für Kamera, die interessant wäre. Achso, ja, die bräuchert man, oder? Ja, da müssen wir dann mit dem Telefon uns reden. Was ist auf deinem Mind, Lee? Ja, fragen wir mal. Wie ist Mark da drin? Bestes Patient, den ich jemals hatte. Oh, meine Jungs bekommen so viel, dass sie einen Schlag und beginnen zu schreien. Er kann definitiv ihnen ein Ding oder so erzählen, dass es schwer zu sein ist. Ich würde trotzdem gerne auf ihn checken. Du musst mich auf das, Lee. Du musst mich auf das, Lee. Ich habe mir helfen, Stich zu schreien. Ich weiß, was ich spreche. Ich weiß, was ich spreche. Wir sind in ein paar Probleme. Ich bin nur glücklich, dass du zwei nicht verletzt. Die Bandits einfach nicht wissen, wann zu gehen. Aber meine Jungs, sie können ihren eigenen. Ich glaube, wir machen die Jungs ab. So, okay. Du bist, Danny, ist verrückt. Nein, das ist nicht ein sehr schönes Ding zu sagen, Lee. Er ist gut, Lee. Er ist gut. Ich bin sicher, er ist. Er ist sinnvoll, und willig zu tun, was er braucht, was er braucht, um zu schreien. Um, nicht zu sein, Ma'am. Wie ist das hier? Im Gegensatz zu... Du weißt. Oh, du willst wissen, warum ich nicht schreien in der Küche? Ist das alles? Nein, nein. Ich wollte es nicht so sagen. Oh, es ist okay, Darlene. Du hast es langsam zu kuchen in der Oven. Du solltest bereit sein, bevor es zu lange ist. Ich denke, ich gehe und schaufe. Ich bin hier nicht. 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 Nein, wenn sie sagt, sie kommt für alle und sitzt da draußen. Ja, ja. Das ist schon komisch, aber okay. Sie sind einfach langsam. Egal. Okay, also rein dürfen wir mal nicht in das Todeshaus. Ja, ich glaube, der Marc ist schon in den Ofen gekocht. Okay. Jetzt suchen wir mal. Ich würde sagen, wir reden mit der... Da. 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 Warte. Nein, sie sind in der Scheune gewesen. Ach, mein Gott. Ja, stimmt. Sie sind einfach der Zugmach. Da ist die Batterie, ja. Es ist eine kleine Toolbox. Ich würde sagen, ich würde es werden, oder? Ich würde es nicht so sagen. 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 Lass uns die rausziehen. Find es, bevor die einlassen werden. Warte. Schauen wir mal. Okay, das ist viel gut. Vielleicht ist die kleine auch mal abwurscht. Dann wird sie verloren. Wenn du da rausfam. Oh, die kranker Kuh, okay. Steak, 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 Steak. Ja, lieber nicht, lieber noch nicht. Es ist okay, Clementine. You can pet her. It's okay, go ahead. Leg sich die Hände zum Schlafen, oder sind die Pferde, das die Städte? Kühe? Ja. Ja, leg sich die Hände. Katja sagt, Mabel could have her Baby tonight. We'll see, Clementine. Ja, schon. Steak, 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 steak. What's this thing? Daddy said it's called a salt lick. Yeah, but don't lick it. It's gross. Also Salz lick it. Did you lick it? I don't know. Aha. Wir fangen mal an. Have I missed anything? No, not really. Hm, smells funny in here. Like duty. Kids. Hey there, Andy. Yeah. We met this woman up in the woods. She seemed to know your brother. Uh, yeah. He, uh, he probably talks a little more than he ought to. How's the cow? Well, better now we got Doc on the case. Um, when do you think, uh, we might eat? Hungry, huh? Don't worry. Mama's cooking up some good gruff. Thanks. Yep. How do you like that cow, Clem? She's pretty. Here, Clementine. I think a D was always above. That's right, yeah. My hat! You found it! I knew you'd find it! You said you would! Listen, did you give your hat to anyone? No. Did you see any strangers around the motor end who might have taken it? No. Why? It's probably nothing. Just let me know if you ever see anything like that. Okay, I will. Hey, Lee. Do you think you'll ever have kids? There's a night, Sanga. I'd like to someday. Maybe a little girl like you. That's nice. You'd be a good daddy. Well, thanks for finding my hat. You're welcome, Clem. Do you want to pet the cow with me? Nah, but you go on ahead. Are we talking about the cow? She looks skinny. Aha. Do we have something else? The door, right there. Is the private phab, perhaps? I don't know if you found this one. I don't know if you found this one. Yeah, there's no more. There's more than the cow. Yeah, I mean in there. Oh, they feed people. No, no, no. Ah, it's my old slicker. Slicky lamb. So a slicker. Yeah. I want to plant in the hay. Just stay close to your mom for now. Okay. Okay. Du hast ihn auch, oder? Lee, sie schüttet etwas hinter der Tür. Ich habe einen schnellen Blick. Sie haben Boxen, und etwas Mettel und Schmerz. Jangan verraten. Es ist mein Job, verraten ich, Lee. Ich habe eine ganze Familie in dieser Form. Wie geht es mit dir? Was geht es mit Clem? Ich werde sie schützen, egal was. Ich weiß, du wirst. Der Mann mit Kotchen. Was ist der Name? Er hat ihn richtig festgelegt, als wir kommen. Ich habe definitiv gehört, ein Geräusch. Was? Wir müssen sicher wissen. Also, geh holen einen Hammer oder was. Ich werde das in eine Sekunde nehmen. Du gehst mich auf, bis die Farmers kommen. Das ist ein Geräusch. Ja. Das ist ein Geräusch, oder? Du hast nur eine Chance bekommen, die Kinder zu schützen. Ne. Was hast du in mir? Lass mich mal schauen, was wir mit uns beschäftigen. Genau. Genau. Jetzt, wir sind in den Schwarzen. Ja. Hey, Lee. Nein. Nein. Warum würdest du das sagen? Na, du bist, du weißt, urban? Das ist ausgewiesen. Nein. Jesus, Mann. Ich bin aus Florida. Das verrückte Scheiße kommt manchmal aus meiner Mache. Sorry. Und er kam dann, oder? Also regt sich immer trotzdem auf. Was? Rassismus funktioniert. Siehst du diese Gruppen? Instead of breaking the padlock, we can just take off the assembly. We can just take off the assembly, have them get sadden, then replace it all again, like nothing ever happened. Alright. Sounds like you got a plan. I'll hang around and keep an eye on that guy with the cow. Andy. Shit. I thought that was Danny. Whatever. Can I help you boys find something? Oh. Ja, den Schlüssel bitte. Just second out the barn. What's behind the door? Kenny thought he heard a noise. He's a little jumpy, huh? Well, we're all sure glad his wife is here. She's a lifesaver. You got no idea. Hey, uh, do me a favor. Don't fuck around with this door, okay? Just, you know, mama gets nervous. Andrew, I need your help again. No problem. Right away, Doc. The class is in the middle rick. Very good. And we're gonna get in the middle of the check. We're gonna get a check. That's so fun. Hey guys, seriously. Don't fuck around with this. Come on, enough already. We have to get into contact. I'm getting into contact. I'm going to get into contact. We could get into contact. We might have to get into contact. But... We could get to play a salt block. Oh oh. I'm getting into contact. Der Blutkontransfusion ist nicht da. Kannst du noch was machen eigentlich? Scheiße. Ich will das nicht mehr spielen jetzt. Warum muss ich das denn anklicken? Nichts, dass du es weißt. Ein Tastatur-Handy? Wie gesagt, anderen weißt du, dass das ein Handy ist. Es gehört doch ein Toaster sein, das ist auch schon wie ein Handy. Ein exklusives Battlefield 4 Handy. Oh ja, vielen Dank rein Tom. Ja, Santa Claus kann man so klar. Just some Finnspo's. Wie kriegen wir den Andy weg? Dann reden wir mit ihm, ja, reden wir mit ihm. Ja, das war ja. Das war der andere Rang. Ja, das war der andere Rang. Ich habe etwas, das ich denke, könnte mit dem Locken helfen. Okay, gut zu hören. Ja, jetzt sag ich ihm noch was auf dem Handy. Hat er das schon? Welche Gedanken, wie sich Andy distrackt? Ich weiß nicht, Mann. Schau einfach etwas außerhalb der Barne. Wir brauchen ihn hier raus. Ach so. Du musst uns nicht helfen. Bleiben ruhig. Ganz cool, wir machen das schon, ne? Ja. Ja. Es ist alles über Zeit. Oh, jetzt sind wir da draußen. Das heißt, da hinter der Tür in der Schreine wird es geschlägt. Ich weiß nicht. Nein, ich war eine Frau wie dich selbst. Das ganze Ort. Oh, ich habe es einfach gut gemacht. Ich weiß nicht. Vielleicht... Ach so. Der Absteck oder irgendwas. Jetzt kommen wir nachher mit dem Generator. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist auch wieder wahr, ja. Wir müssen sich irgendwas anschauen. Was ist eigentlich mit dem da? Genau mit dem? Ja mit dem? Ja mit dem? Ja was war denn da eigentlich? Na da war da nur... Das ist halt nur Hay Station. Ja da hat er gesagt. Ja hoi. Ja. 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 Heißt? Ja. Ja. Er wird wahrscheinlich immer wieder trinken, wie schrecklich. Aber das ist nur, weil er noch eine Sache hat. Also nicht ihn. Und nicht ihn für mich auf ihn. Er ist mein Vater. Und ich liebe ihn. Das ist gut. Nach dem Kenny zu mir, ich denke, dass sie etwas versuchen zu schützen. Sie sind auch nur für Probleme. Aber wenn Sie sich auf die Wandern herumfangen, ich würde vorsichtig sein, Lea. Ich werde nachdenken. Schau dir selbst, Lea. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, nur sie haben... Ja. Oder Stink als Wasser, deswegen. Oder Stink als Wasser, deswegen. Wenn er noch so nicht hinter ist, wie wir ihn bleiben. Das heißt, er oder wir müssen wir ihn machen und danach intensiv. Dann bleibt nichts. Dann wird die Batterien für das Ding noch bleiben. Dann geht er einfach rein. Oh, so ausschalten wir hier. Ja. Gott schützt die Idioten sich hier hinten. Und schnell weg. Jetzt geht er wieder rein, oder was? Ja, jetzt werden wir das ein paar Mal machen müssen. Ja, jetzt werden wir das ein paar Mal machen müssen. Du bist schon wieder drin? Oder? Ja, ich nehme an, dass es nicht geht. Oder da siehst halt nicht die Lösung. Oder wir müssen das ein paar Mal machen. Ja, oder? Ja, das wird immer dasselbe sein, nehme ich an. Wie immer. Aber jetzt alle gut liegen sind frei, oder was? Ja, oder? Kennst du die Useless Box? Irgendwie wieder riecht mich das an das. Ja, da müssen wir noch irgendwas machen. Ja, da müssen wir noch irgendwas machen. Wir sind da oben schon, oder? Wir sind die zwei da reden. Da oben muss ich das mal auswählen, oder? Ja, ja, nein. Andererseits ist es auch. Gut, dass wir später die Pupriate sind. Ja, ich weiß nicht, ob ich die Pupriate würde. Genau, ich weiß nicht, ob ich die Pupriate würde. Das ist das Beste. Aber wenn Sie wirklich schauen, Sie sehen, Sie sehen, Sie sehen, Sie sehen, Sie sehen. Also, was haben Sie da unten in der Hälfte? Außer Böge, ich meine. Na, jemanden wird ein bisschen interessiert, nicht? Ich meine, nicht zufrieden. Es ist nichts interessiert, ich kann euch das so viel. Ich weiß nicht, dass wir das dann weg sind. Es ist nur ein paar Worte und Enden. Es braucht viel, um eine Farn zu fahren, du weißt. Ich denke, ich gehe nachher schauen. Nicht zu weit weg. Das Essen wird bereit sein, bevor du es wissen willst. Ja, der Marc ist bei der Freundin zu essen. Ich habe gesagt, dass sie zu uns sind. Okay. Ja, warum sie die Schachtel leer und so... Ich hoffe, Marc ist okay in da. Ja, der Lasse ist nicht so. Ja, was auch. Jetzt können wir noch mal mit dem da reden, der da sitzt, oder der da? Ja. Oh, ein Schachtel können wir noch. Hallo. 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 Du liebst wirklich die Schachtel? Was nicht zu lieb? Nicht zu lieb? Nicht zu viel, ich glaube. Genau. Heh. Das ist Schachtel. Ja. Die Schachtel. Die Schachtel. Die Schachtel. Die Schachtel. Ja. We are all the luckier on this side of the deal now. I'm gonna go wait for supper there. It'll be a good one. Okay. All fixed. That should make everyone happy. What are we doing in the inverter? We have the machine and the food. Can you see the food again? No, the inverter can't open it. Okay, yeah. We'll try everything there. Except that there is. Maybe we'll go and stay there. There. And then I don't know. There's another one. There is another one. There's another one. There's another one. There's another one. There is a library in the beach. Ah, dass er länger beschäftigt ist mit dem Schild, ne? Das wenn er noch einhört, dass ich... Ah, wie heißt das Ding? Kein Riebel. Ja, genau. Ja, wir haben Händen. Find this piece of shit. Fucking thing through a belt. Damn it all. Ah, son of a fuck. This will take forever. Schauen wir mal rein in die Scheine. Was hast du uns dort erwartet, glaube ich? Wir sind Arschlöcher. Ja. Ich denke mir immer, warum bei der besten Sache hört die Episode auf und dann machen wir das sehen. Jetzt hat es spannend und deswegen beim nächsten Mal dann. Tschüss. Bye.